Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Heute gibt's nur Eiskaffee. Ja, bei mir ist es ja entschieden zu kalt. Sehr schön. Hä? Dann habt ihr Tankstellenbetreiber eure Hände wenigstens mal in euren Taschen. Ich fühle mich schon wie die Ampel. Hä? Der bläst doch der Wind auch eiskalt ins Gesicht. Spinnend. Einmal die vier, eine Wärmflasche und das Fischgericht des Tages. Jetzt bin ich gespannt. Barschkalt? Also die Haut von Frauen ist übrigens im Schnitt 2,8 Grad kühler als die von Männern, da der männliche Körper aus 40% Muskelmasse besteht und der weibliche nur aus 23%. Stefan, mein Freund ist ja im wahrsten Sinne Wärmflasche. Der schafft's nachts noch nicht mal, dass meine Füße Plusgrade erreichen. Kälte ist nun mal wie die Benzinpreise. Wieso? Beides geht durch die Decke. 6.323 Euro, sammeln Sie Pofrostpunkte, haben Sie eine Froster-Card oder sind Sie im Annette-Frier-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Leucht bei dir. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Chairman symbolen Sie Pofraft weltweit. Am топ-Spa13. vem 함. ля. ten yep. jsem so. enemies tanke. leuchteling. charitable.